Wenn ihr euch jetzt an eure Anschlussfinanzierung machen wollt, dann geht am besten wie folgt vor. Schaut nach, wann genau eure festgeschriebene Zinsbindungsfrist abläuft. Lasst euch dann bestimmen, wie hoch genau eure Restschuld am Ende der Zinsbindung ist. Beobachtet am besten schon parallel den Zinsmarkt, um ein Gefühl zu bekommen, was günstig für euch wäre und was nicht. Entscheidet euch dann für die Art der Anschlussfinanzierung bzw. ob ihr bei der gleichen Bank bleiben oder zu einer anderen Bank wechseln wollt. Holt euch dann entweder ein neues Angebot bei eurer Bank ein oder mehrere Angebote von verschiedenen Banken und vergleicht die Konditionen wie Zinssätze, Gebühren und die Flexibilität bei Sondertilgungen. Berücksichtigt auch die Nebenkosten, die bei einem Bankwechsel entstehen können. Nachdem ihr das passende Angebot gefunden habt, schließt ihr den Vertrag für die Anschlussfinanzierung ab. Achtet darauf, dass die Konditionen und Tilgungsmodalitäten eurer aktuellen finanziellen Situation entsprechen. Nach Abschluss der Anschlussfinanzierung setzt ihr die Tilgung der Restschuld mit den neuen Konditionen fort. Die monatlichen Raten können sich ändern, je nachdem, ob die Zinsen höher oder niedriger als vorher sind und ob ihr den Tilgungssatz angepasst habt. Zusammengefasst ist es bei der Anschlussfinanzierung wichtig, alle Optionen zu prüfen und flexibel auf Veränderungen in eurer finanziellen Situation zu reagieren. Vergesst nicht, Angebote gründlich zu vergleichen und euch gegebenenfalls von Profis beraten zu lassen. Habt ihr euch schon um eure Anschlussfinanzierung gekümmert? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Ihr findet uns übrigens auch auf TikTok und Instagram, also schaut da auch gern mal vorbei. Zum Schluss noch ein kurzer Transparenzhinweis. Wir sind eine Firma und bieten professionelle und kostenfreie Beratung in Sachen Versicherung, Finanzen und Altersvorsorge an. Wir versuchen natürlich trotzdem, alles so objektiv wie möglich zu erklären. Wenn ihr meint, dass uns das mal nicht so gut gelingt, dann schreibt uns das auch gern. Und alles weitere über uns, wer wir sind, wie wir unser Geld verdienen und natürlich alle Themen zum Nachlesen, findet ihr auf unserer Webseite transparent-beraten.de. Dort könnt ihr auch eine individuelle Beratung oder einen Tarifvergleich anfordern oder ihr ruft uns einfach direkt an. Es gibt übrigens noch einen indirekten vierten Weg, nämlich die Zinssicherung durch einen Bausparvertrag. Das haben wir euch mal in diesem Video vorgerechnet. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Ich bin Müni von transparent-beraten.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.